Ich erzähl euch eine Story aus der AWG in Leichlinge Im Jahr 2013 für Groß und fürs Kleinkind Es gab da ein Projekt, wo jeder einmal anpackt Hauptsache man macht was, bis man's dann geschafft hat Am Anfang gab es sowas wie ein Vorstellungsgespräch Man hat sich gegenseitig vorgestellt, geplant wie es so weitergeht Ne Liste wurde angefertigt, Pläne standen drauf Den Raum neu gestalten, er sah ziemlich schrecklich aus Als erstes auf der Liste stand, wir sollen den Raum leeren Rausräumen, ausleeren, leer fegen, ah Jeder packte an, egal ob Bücher oder Schrank, ob Regal oder auch Spiele Jeder hat was in der Hand, Punkt 2 Der Raum soll neu gestrichen werden Neue Farbe an den Wänden, ja das mag doch jeder gern Es wurden Aufträge erteilt und wunschfrei ausgeteilt Arbeiten geteilt und lange Weile gab's bei keinem 2013 Zukunftsprojekt Teamwork, Dreamteam, Zusammenhalteffekt Jeder dieser Leute hat hier Arbeit reingesteckt Und auch wenn es öfter Streit gibt, hält sich jeder daran fest 2013 Zukunftsprojekt Teamwork, Dreamteam, Zusammenhalteffekt Jeder dieser Leute hat hier Arbeit reingesteckt Und auch wenn es öfter Streit gibt, hält sich jeder daran fest Klar gibt es mal Streit, doch man sollte mehr zusammenhalten Punkt 3 auf der Liste, das Malen an der Wand gestalten Hände oder Kicker, es hat immer funktioniert Punkt 4 auf der Liste, der Kicker, er wird repariert Jeder hat sein Fleiß und sein Wille beigetragen Und mal ganz ehrlich, nach Leistung braucht man hier nicht fragen Jeder von den Leuten hat hier vieles geleistet Punkt 5, das Regal und Bau, noch wenn es nicht leicht ist Es wurde gemeistert und ich sah, alle hatten Spaß Egal ob er oder sie, es war immer dieses Lächeln da Es war immer nah und wir kommen jetzt zu Punkt 6 Dekos basteln, ja auch da wurde Arbeit reingesteckt Punkt 7 ist ein wichtiger Punkt Basteln und schreiben für ne Einladung Sehr gute Idee und die Idee wurde umgesetzt Und ist doch klar, dass sich ne Unterschrift darunter setzt 2013 Zukunftsprojekt Teamwork, Dreamteam, Zusammenhalteffekt Jeder dieser Leute hat hier Arbeit reingesteckt Und auch wenn es öfter streckt, hält sich jeder daran fest 2013 Zukunftsprojekt Teamwork, Dreamteam, Zusammenhalteffekt Jeder dieser Leute hat hier Arbeit reingesteckt Und auch wenn es öfter streckt, hält sich jeder daran fest Gesagt, getan Und schon kommen wir zu Punkt 8 Alles wieder einräumen, alles eins am Platz Punkt 9, den ganzen Raum dekorieren Bilder basteln, um sie am Fenster zu platzieren Punkt 10, die Eröffnung vorbereiten Auch in diesem Fall gab es keine Schwierigkeiten Punkt 11, den Raum eröffnen, wir sind fertig Dank an alle Kids, wir sind Zauberer wie Merlin Und dann auf Gut, planning an alle Kids, wir sind fertig, wir sind fertig, wir sind fertig, wir sind die